Na, ich muss mich interessieren heute, wenn du da von einer zur anderen Seite fährst und dann wickelst du ein ganz langes Bögelchen Das kommt ja auch nicht so drauf Nee Ich mein, wenn du da so schuss runterfährst Aber das ist nicht vereist, das ist schlimmer Schnee Das ist immer schlecht von Anfang an Wenn du das Wetter fährst, stell mal da unten war wie das das letzte Mal, ne? Ja Nicht da durchlaufen Hm? Das ist ein Flug Komm her Komm her Hm? Das ist ein Lied Das ist ein Flugzeug Untertitelung des ZDF, 2020